Hallo meine Lieben, ich fahre gerade Auto und heute ist Muttertag. Ich fahre heute nach Königsee mit meiner Mutter und ihrer Cousine. Es sind ca. 140 km von München aus. Also hier in München ist es zwar ein bisschen regnerisch, ein bisschen kalt, glaube ich so ungefähr 14 Grad. Hallihallo, wir sind jetzt hier gut angekommen, wir sind in Königssee. Es ist ein bisschen regnerisch, aber meine Mama, ihre Cousine. Ich fahre heute nach Königsee. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018